So, hallo zusammen. Ich wollte im heutigen Video den Geldtransfer zu Tastyworks, also zu einem OS-Broker, kurz erklären. Soweit ich weiß, braucht ihr das bei IBKR nicht, aber für Tastyworks muss man eben tatsächlich in die USA überweisen. Und auch wenn ihr das natürlich theoretisch mit eurem normalen Bankkonto machen könntet, geht das ziemlich ins Geld, was die Gebühren angeht. Es gibt jetzt neuerdings die Möglichkeit, das über WISE zu machen. Das war früher TransferWISE. Und ich wollte euch dann Schritt für Schritt mal kurz hier durchführen. Vielen Dank an die liebe Kitesch, die dieses PDF erstellt hat. Ich habe das zuerst mit meinen Konten gemacht, aber der Aufwand, meine ganzen Personendetails da rauszuschmerzen, war absurd. Und daher zeige ich euch das jetzt anhand dieses schönen PDFs. Also ihr braucht logischerweise ein Tastyworks-Account und ein WISE-Account. Ja, das ist wirklich klar. Dann geht ihr praktisch bei WISE auf Get Started. Dann gehen wir auf Let's Go. Wir brauchen also erstmal ein US-Konto, also ein US-Dollar-Konto innerhalb von WISE. Ihr könnt da jegliche Währungen auswählen, aber wir benutzen natürlich jetzt US-Dollar. Confirm und dann geht hier drauf weiter und dann auf mehr Details. Und wir müssen jetzt zum nächsten Mal das erste Mal Geld übertragen und auch unsere Identität nochmal bestätigen. Hier steht zwar, dass es mindestens 20 Euro sein soll. Wir haben es jetzt mit 20 Dollar probiert. Also ja, es gibt einen Mindestbetrag, aber irgendwie einig sind sie sich nicht so ganz drüber. Also wir wollen Make-A-Deposit machen. Hier seht ihr es, also mit 20 US-Dollar hat es auch funktioniert. Und ja, ihr habt einen gewissen Freibetrag, wenn ihr ein neues Konto habt. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wann der aufgebraucht ist. Irgendwann stehen dann halt Gebühren da, aber es ist wesentlich günstiger als bei der früheren Version. Das war bei Currencyfair. Und da hat sich eigentlich nur ein Deposit von 500 Euro aufwärts gelohnt, weil die Gebühren doch recht ins Geld gingen. Es war damals immer noch die günstigste Möglichkeit. Und WISE oder TransferWISE damals wurde nicht von Tastyworks unterstützt. Jetzt haben wir aber tatsächlich einen realen amerikanischen Bank-Account dadurch. Und das geht dann über Wire-Transfer bei Tastyworks rein. Sehr, sehr angenehm. Dann gehen wir hier weiter. Und dann könnt ihr auch, wie ich finde, sehr angenehm das über eine Kreditkarte aufladen. Das wird dann direkt instant von eurer Kreditkarte abgebucht. Und so habt ihr es eigentlich gleich zur Verfügung. Ihr habt noch andere Möglichkeiten. Ihr könnt es manuell natürlich überweisen. Ihr könnt noch verschiedene Dienste nutzen, Clana und so weiter. Aber ja, Kreditkarte ist schon angenehm. Bei der Gelegenheit, ich kriege natürlich kein Geld von irgendeiner der beteiligten Firmen. Ich erzähle das, weil das sich bewährt hat, weil das jetzt schon mehrere Leute aus dem Discord erfolgreich gemacht haben, weil es schnell ist und weil es mit am günstigsten aktuell ist. Nicht nur mit, sondern es ist der günstigste Weg, euer Geld in welcher Währung auch immer auf den Tastyworks-Account in US-Dollar zu bekommen. Genau, dann bezahlt ihr logischerweise das Geld, gebt eure Kreditkartennummern ein. Und jetzt geht es zum Identitätsnachweis. Hierfür werdet ihr, das ist jetzt hier nicht weitergezeigt, mit einem QR-Code praktisch versehen. Den könnt ihr euren QR-Scanner auf eurem Handy abfilmen, abfotografieren. Und das geht dann zu einer Seite. Hier müsst ihr eine hinterlegte Authentifizierungsmethode nutzen. Das ist entweder Pass, Führerschein, Personalausweis. Wir fordern Rückseite, Fotos machen, plus ein Selfie von euch. Das alles ladet ihr dann hoch und das wird dann verglichen. Es hat bei mir funktioniert und auf meinem Führerschein habe ich noch Haare auf dem Kopf. Also es wird schon irgendwie funktionieren, bei euch auch wahrscheinlich. Es geht auch relativ schnell. Natürlich ist da hinten dran dann wieder ein Mitarbeiter von WISE. Wenn ihr es jetzt nicht gerade zu Unzeiten macht, sollte das aber in einer halben Stunde, in einer Stunde oder so funktionieren. Ihr kriegt dann ein Bestätigungs-Mail, nachdem eure Identität bestätigt ist. Und dann kann es weitergehen. Wir haben jetzt also praktisch das Geld auf dem Account. Das Schöne ist wirklich, wir haben hier, wie ihr unten sehen könnt, tatsächlich einen quasi-Bank-Account, der für Wire-Transfer geeignet ist. Wichtig, das steht auch extra nochmal hier, Geld empfangen könnt ihr theoretisch damit auch. Das kostet aber. Ich denke oder ich vermute es, ich weiß es nicht, dass WISE praktisch nicht mit den originären Banken da ins Gehege kommen will. Und es quasi nicht als Bankkonto genutzt werden kann. Aber passt trotzdem auf. So wie ich das verstanden habe, könnt ihr das Ding tatsächlich auch noch für Zahlungen in den USA nutzen. Aber da könnt ihr nochmal weiter nachlesen in der FAQ. So, jetzt müssen wir logischerweise zu Tastyworks. Ihr habt da ja einen Account. Wie auch immer der aussieht, ob ihr einen Margin, Cash oder was auch immer Account habt. Und hier unten gehen wir dann auf Fund Your Account. Und jetzt müssen wir praktisch die beiden Accounts verlinken. Und hier, das seht ihr unten. Das ging eben früher nicht. Früher musste man das dann hier über eine andere Möglichkeit überweisen. Aber jetzt könnt ihr praktisch ACH nutzen und den WISE Bank-Account hinterlegen. Jetzt müsst ihr hier eure Daten von dem WISE Account eingeben. Die findet ihr eben drüben auf der Seite. Und wichtig ist, oder nicht wichtig, aber hier könnt ihr praktisch einen originären Identifier noch reingeben, damit es in euren Bankunterlagen auch nochmal passt, wenn ihr da hinüberweist. Bei Tastyworks habt ihr eben so einen Authenticator. Ich habe da das Google-Ding auf dem Handy. Da kriegt ihr zeitintervallsmäßig einen Code. Den müsst ihr dann eingeben, wenn ihr die verlinken wollt. Und im nächsten Schritt überweist dann Transferwise... Entschuldigung. Überweist Tastyworks Mikrobeträge, zwei Überweisungen, auf euren WISE Account. Das sind irgendwie halt ein paar Cent. Aber sobald die auf eurem Transferwise-WISE Account sind, müsst ihr beide Beträge praktisch bei Tastyworks eingeben. Das ist halt die Verifikation, dass der richtige Account verlinkt ist. Das hat bei mir so einen Tag gedauert ungefähr. Und sobald ihr dann bei Tastyworks die beiden Mikrozahlungen eingegeben habt, könnt ihr in Tastyworks eingeben, wie viel Geld geholt werden muss. Also er erhebt praktisch dann von eurem WISE Account das Geld ab auf das Tastyworks Deposit Konto. Und das geht auch recht schnell, so ein, zwei Tage, maximal drei. Und sollte natürlich, also den Betrag, den ihr eingibt, sollte bitte im WISE Account natürlich gedeckt sein. Das ist selbstverständlich. Und die beiden Mikrobeträge werden dann auch wieder zurück übertragen. Also natürlich schenkt euch Tastyworks kein Geld, sondern das holen sie sich schon wieder zurück. Aber zumindest ohne Gebühren. Das war es dann auch schon. Ja, also es ist eigentlich eine sehr elegante Möglichkeit, viel, viel einfacher als bei CurrencyFair. Auch tendenziell schneller, wie ich finde, wenn man mal die Prä-Schritte hinterlegt und übernommen hat. Und Stand jetzt ist es meines Wissens die günstigste Möglichkeit, um aus Deutschland, aus Europa Geld in US-Dollar zu Tastyworks zu transferieren. Solange man kein amerikanisches, richtiges Konto hat. Aber das werden die wenigsten von uns haben. Ich hoffe, dass es einigermaßen erklärt. Ich habe noch keine weitere Anleitung zu dem Ding gefunden. Von daher dachte ich, es ist sicherlich sinnvoll, euch das mal zu zeigen. Bei IBKR ist sowas, glaube ich, nicht notwendig, weil sie schlicht ihre Gelder in Irland jetzt mittlerweile verwalten. Und das müsste einfach über IBAN funktionieren. Und daher ist es jetzt bis jetzt zumindest Tastyworks vorbehalten. Aber vielleicht interessiert es ja die ein oder andere von euch. Und das war es auch schon. Ich hoffe, dass sich der Spy so langsam jetzt mal fängt, damit ich meine YOLO-Calls von gestern Nacht vielleicht noch loswerde. Ansonsten sieht Okyuken ja sehr schön aus. Und ich hoffe, wir sehen noch einen grünen Tag heute. Aber ich werde wahrscheinlich morgen eine Erklärung dazu machen, warum ich die Inverse Head & Shoulder gesehen habe und wie sich die ausgeprägt hat. Und warum man auf Futures in unserer Morgenzeit mal schauen sollte vor 10 Uhr. Wie ihr da vielleicht eine Tendenz für den Tag ganz gut hinkriegt. Aber das kommt wahrscheinlich morgen in dem Video. Vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Bei Fragen meldet euch. Verteilt gerne den Kanal weiter. Liked. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Danke und Tschüss.